Na Gott, ich habe mich dazu entschlossen, noch eine Runde Tomb Raider zu spielen. Schon sehr spät, aber mir egal. So, wir gucken mal weiter. Ihr habt schon einiges verpasst hier. Ich bin schon richtig mega weit in dem Spiel. Ich hab da schon wirklich ein bisschen was verpasst. Oh, da kommt einer mit seiner Fackel, ja. Komm her doch, Fackelmann. Na, Fackelmann kriegt einen Headshot. Oh, die alte brennt. Lula brennt. Komm her doch. Na, lebst du noch? Gibt's doch nicht. Zack. So, der ist dead. Nehmen wir von dem her noch ein bisschen was. Und zwar waren wir jetzt schon bei dem abgestürzten Flugzeug. Und so einer Tempelruine jetzt soll angeblich hier irgendwo eine Hochzeit stattfinden. Und die gilt es natürlich zu strengen, beziehungsweise Hochzeit in der Zeremonie. Was rede ich denn schon wieder auf dem Müll? Gestern hast du gespielt, heute schon wieder vergessen. Geile Sache. So, Lara, dann machen wir dein Bestes. Zack. Das können wir bekanntlich nur mit der Schottflügel drauf. Durchlagen. Und dann nehmen wir auch gleich noch ein bisschen Munition mit. Ich muss den solchen Feld immer ganz gern den Bogen aus, weil ich nie weiß, was kommt. Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Ein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu. Ich komme und hole dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey! Sie hat der Schottkeree. Sir? Sir? Lasst sie in Ruhe, ihr verdammte Schweine. Lasst sie sofort in Ruhe. Gut, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Am besten versuchen wir mal hinüber zu springen. Das wird wohl das Beste sein. Es hat sich gerade ein bisschen verbackt. So, jetzt können wir mal gucken. Ah, da müssen wir als nächstes hin. Also hier runter schießen. Ach nee, Quatsch. Wir können ja einfach hier uns festhalten, ja? Oh, gleich durchs Dach. Warum? Auch nicht. Halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Okay, okay, okay. Wir müssen jetzt mal ein bisschen clever hier vorgehen. Ich will, es sind drei. Es sind drei. Vielleicht kriege ich einen Battleheadshot hin. Gucken. Scheiße. Fest. Mist. Wenn er sich jetzt bewegt hat. Ah, schluss, jetzt die Wand hat. Mist. Quack, 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 quack. Nein, 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 nein. Ah, Mist. Müssen wir ein bisschen cleverer anstellen. Das nächste Mal. Das ist nämlich gleich die Knarre. Shit. Okay, am besten gleich die Pumpe hier. Die habe ich gerne mögen. Nehme ich die, nehme ich die. Alles gut. Glaube ich ja. Bam. 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 Ja. Ja. Verbrenne ich selbst, du Arschloch, ey. So, dann nehmen wir mal wieder einen Bogen. Ich liebe den Bogen. Mein Kraftentemper mit. Da sind nur so kleine Secrets hier irgendwo noch versteckt. Oh, mega. Uh. Okay, gut. Gehen wir mal hier oben lang. Haha. Gar nicht aus. Gar nicht aus hier mit den Abgehen, mit den Affen. Habt ihr was gehört? Habt ihr was gehört? Guck, guck, guck von oben. Ding dong. Auf der Feier in den Kopf. Kommen die jetzt? Liegt die noch? Hm. Komm schon. Kann ich irgendwie hier durchballern? Mal gucken. Ich werde mich mal versuchen, hier rüber zu handeln. Noch hat sie mich nicht gesehen. Jetzt. So. Hi. 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 Nur eine andere, äh, Waffe mal nehmen, ja? Ah, vielleicht mal. Ich tue, wie man. Darf mal jemand? Ja, da ist noch ins Headshot gegeben. Ich darf hier auch nicht so lang drehen. Das ist wirklich mitten in der Nacht, leider. Franzi schläft schon. Die hat morgen Frühdienst. Und ich kann nicht pennen. Und pimmel jetzt hier ab. Außer dem geht nichts. Ich muss rüber. Ja, wie? Mädel. Mal gucken. Irgendwie mal, da ist was. Haben wir hier irgendwie was? Vielleicht ist ein Flugzeug ja was. Kommst hier hoch? Ja. So, da sind wir durchgefallen. Sie muss rüber. Da waren ja hier, hier waren ja die Typen. Hier war ja nichts weiter. Hier haben wir den Ehen ja auch gemischt. Das hat man ja schon gesehen. Soll. Ich weiß nicht, wie weit das Let's Play geht, ob das eine halbe Stunde geht oder ob das nur 20 Minuten geht. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind schon weit oder es nur über 20 Minuten. Ich kann mich jetzt hier am besten rüber, ohne dass sie hier abdriftet. Scheiße, bist du? Was meine ich denn nicht? Okay. Okay. Oh, ich weiß nicht, dass ich gleich was muss. Ich kann das mal eins fahren. Ach, scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Ah, nein. Fuck. Ich dachte, ich kann rechts vorbei. Ging aber nicht. Dammit. Ärgerlich. Okay, doch links vorbei. Ja, links vorbei. Und hier nochmal den rechten Weg. Und das andere soll vorbei. Oh, wieder war. Alter. Richtig. Was? Alter, ich habe ja nichts gesehen, Alter. Was soll das denn, ey? Na, mal gucken. Echt? Ich bin jetzt noch von vorne. Okay. Es ist ja eigentlich gerade hier ein Hugo. Ich finde das, die Hugo-TV-Show. Wo man anrufen musste. Alter, leck mich. Obwohl dann jemand am Telefon gesagt hat. Links, rechts, hoch, runter. Und dann jedenfalls die Taste. So, jetzt nochmal. Jetzt doch hier. Über die Löffel. Alter. 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 Oh, Leute. Ich sehe hier null. Alter. Was für eine kranke Scheiße. Oh, oh. Oh, shit. Alter. Ich hasse so eine Spiele-Arten. Ja. Ja. Na gut. Geht ja noch. Es geht ja noch. Es ist besser als dieses Kanalrutschen, oder? Oh. Baum. Oh. Hilfe. Hilfe. Aua. Ah. Alter. Alter. Scheiße. Wo sind wir jetzt gelandet? Na, auch das noch. Oh, was hat sie? Rippen gebrochen. Magen kaputt. Milz gerissen. Na, wenigstens sind wir am Schloss. Na, wer sagt's denn? Geil, oh Mat. So, ich glaube hier in der Nähe ist irgendwo ein Speicherpunkt, ein Lagerfeuer. Das müsste hier die Bergstadt sein, oder wie das hier auch immer heißt. Barackenstadt, genau. Hättest du auch noch? Nein, ich schuze mich da, Alter. Lehrer schon so angeschlagen. Echt heftig. Ich warte lieber mal einen Moment, bis sie sich wiederholt. Komm schon. Fang dich. Schaffst du. Vielleicht sind Vorräte an Bord. Könnte sein. Aber bestimmt auch ein Lagerfeuer. Mit Sicherheit ein Lagerfeuer. Komm schon. Ja, ja, ich glaub's dir. Ich glaub's dir. Die kommt ja nicht hoch. Ja, die kommt ja nicht hoch. Scheiße, wir müssen wirklich hier unten durch. Ja, okay. Irgendwie durch, ja. Schieter. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Uh. Hi. Wie gesagt, ihr habt ja schon mega viel vorhanden. Wo ich das gestern gespielt hatte, hab ich gar nicht mal reingedacht aufzunehmen. Hand, ey. Bestimmt zwei Stunden ins Land gegangen. Richtig krass. Oh, da hängt der. Geil. Geil. Oh, da hängt der. Oh, da hängt der. Oh, da hängt der. Was zum Teufel ist der Brems los? Der Somalie, der ist total durchgedreht. Schon wieder? Irgendwas von dem alten Mann. Nein, er ist ein harter Hund. Ich steck mich hier hinter. Wartet mal. Irgendwas ist hier. Da kann man sich hin und hier ist irgendwas besonderes. Irgendwas ist hier mit diesem Sack. Warte mal. Also, ne. Das passt hier nicht. Oh shit. Das geht nicht gut aus. Ah, ich seh noch nicht mal was. Okay, das ist gut geklappt. Den haben wir nicht ins Knie verpasst. Komm schon. Hab ich nicht noch eine andere Waffe? Ich hab noch eine andere Knarren hier. Ah, ich hab. Süße Pfeile. Waren das jetzt alle? Wir müssen ein bisschen Munition einsammeln, ja. Komm schon Lehrer. Er reißt sich zusammen ein bisschen wenigstens. Wir sind gleich beim Helikopter. Hier ist eine Munitionkiste. Aber ich glaub ich bin voll. Da ist er. Doch Heli. Das tut natürlich weh. Kann ich mir gut vorstellen, dass das weh tut. Jetzt mit dem Schmerz noch springen. Oh Gott. Mitten in die Fräsen rein. Schön. Okay. Vorne ist eine Munikist. Da ist da ein bisschen Munion drin. Für meine. Für die nicht. Ein bisschen nach. Genau. Für die Bogen. Zack. Einmal in den Kopf. Einmal in den Kopf. Kann ich den Pfeil eigentlich wieder aufnehmen? Ja, kann ich. Hab ich ja gelernt. Glaub ich. Jetzt muss ich hier mit dem Bogen schießen. Und ziehen. Vorrat. Genau. Dann geht er drauf. Genau. Mega geil. First Aid Kit. Over here. Malete. Mal am Stiefel riechen. Vielleicht hilft dir das. Entschuldigung. Ich glaube, er hat nichts dagegen, wenn du ein bisschen Vogeln tust. Das. Freut sich. Kling. Zippo. Geil. Endlich. Kippen. 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 Was macht sie denn da? Ach. Ich weiß, sie will ihr Blutgefäße veröden, aber... Kippen. 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 Das ist irre. Das ist gar nicht. Was ist los, Lara? Hm. Feuerpfeile. Cool. Lapp. Rot, hörst du mich? Rot? Laura, bist du okay? Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Rot. Wo bist du jetzt? In einer Art Barattensiedlung, in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße. Fuck. Brenno. Geil. Ich brauche noch eine Knarre, ey. Nein, da oben ist ein Scheide. Ei, 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 ei. Leila, 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 leila. Komm, geh in Deckung. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Komm. Ah, das sind zu viele. Das sind zu viele, Leute. Das sind zu viele. Heftig. Alter, wo kam denn die auf die Male her, ey? Vor allem die ganze Gegend hier voller Assis, ja? Ich muss so ein bisschen schnell die Waffen rötzeln. Boah, das geht so schief hier alles. Gerne habt. Gerne habt. Gerne habt. Na, klar wieder. Gerne habt. Unser Scheiß-Cocktail. So. Boah, alter. Verwalter, Alter. Ja, man muss ja echt ein bisschen Dachs beschwollen. Ich habe da, ja? Ist ja mal kacke. Da oben. Ich habe auch kleinen Scharfschichtssilber oder sowas. Mist. Verdammt, Mist, 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 Mist. Ist der wieder hier? So, schön um die Fresse geschossen. Ich habe der wieder. Na, der. Alter. Ist ja heftig. Die Arschlöcher hier rumpimmeln, ey. Ohne Witz. Echt ja Wahnsinn. Vor allem, lass ich mal alles überlegen. Überleben. Heftig. Komm schon an ein anderer Knarre, wenn nicht schlecht. So, dann kommt mal her. Oh, was ist denn da für euch hier? Ha, ha, ha. Habt ihr Spaß? Die Arschlöcher. Geil. Das war's, oder? Ne, eh noch nicht noch. Das gibt's doch nicht. Da liegt plötzlich noch eh noch. Alter, vor allem. Da zieht mich euch immer ganze Munition weg hier. Ist ja abnormal, ey. Wie viele Arschlöcher hier rumpimmeln, ne? Heftige Scheiße, heftige Scheiße. Ohne Witz. So, erstmal den ganzen Knarmen hier durchladen wieder. Das ist ganz gut gelaufen eigentlich. Hier oben war da jemand. Hier waren noch Kisten. Sehr schön. Okay. Ich denke mal, Munitionstechnisch sind wir jetzt erstmal wieder gut dabei. Zack. Auch kräftemäßig. Pfeilermäßig. Alles wieder gut am Start. Wir machen eine erholte Pause am Lagerfeuer. Den Speicherpunkt sozusagen. Gucken wir uns gleich nochmal hier die Statistiken hinhalten. Die Fähigkeiten. Was sind unsere liebe Lehrer so hart? So. Was erzählen wir jetzt? Gucken wir mal hier. Verbessertes Bergen. Meister. Das machen wir jetzt einfach mal. Zurück. Alles klar. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder von Tomb Raider. 2013er Part. Wenn es sich feiert hat, lässt ein Töpfchen da oder ein Abo. Ich bin erstmal raus. Bis dahin. Ciao, ciao.